was geht was geht meine lieben leute willkommen zu einem kleinen legnet stream hier in diesem wunderschöner in dieser wunderschönen nacht und wir zocken jetzt weiter verbitten 2 das ist schon ein bisschen her als ich das das letzte mal gezockt habe und dieses spiel hat offiziell kein ende das spiel geht immer und immer und immer weiter ich finde es echt erstaunlich ich bin schon bei part 10 und das spiel geht schon länger als die meisten story games heutzutage das ist sehr traurig so dabei ist halt nur der stadtjäger und ansonsten sind alle schlafen anscheinend so lange rede kurzer sinn wir zocken jetzt einfach weiter verbitten siren zwei ich hoffe man versteht mich gut und ich bin nicht zu leise so mamoru itsuki 22 uhr ja Was zum Teufel ist gerade passiert? Siegen Sie Mutter. Yo, what? In diesem Level können Sie mit dem List-Menü zwischen Mamoru und Ikuku umschalten. Nutzen Sie Ikukus Gedankenkarfähigkeit, drücken Sie hierfür in der Gegner-Sicht die R3006. Sie gedankenkraft erfolgreich eine Mutters Bewegung kurzzeitig einzuführen und eine Chance zu haben, gemeinsam mit Mamoru anzugreifen. Sind wir schon beim Final Boss? Was denn hier ist das? Was die ... Ach, Ach. Ach, Ach. Ach, Ach. 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 Ach, Ach. Ach, Ach. Ich komme! Ach du Scheiße. Das wird jetzt mal fallen, Boss. Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Kann ich... Wie kann ich die Characters switchen? Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ja! Auf geht's! Sie sind mit der Flucht zurückgekehrt! Lass uns die Flucht zurückbleiben! Hier! 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 Ach du Scheiße, ich hab ja richtig viel Mühe zu. Ach du Scheiße, ich hab ja richtig viel Mühe zu. So, speichern, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. So, ich hab ja richtig viel Mühe zu, ich hab ja richtig Mühe zu, ich hab ja richtig Mühe zu. Ich hab ja richtig Mühe zu. Wtf? Ich muss immer schießen. Schu? 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 isch. Schu? 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 Hahaha Wie viel Munition habe ich noch? Mehr als genug. Ich wollte schon zu oft gelangen, muss ich sie beschützen. Digger, sind wir jetzt hier im Fuckings? Ein Sick und Willkommen oder was? Digger! 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 Wie geht ihr denn, wie das geht? Ich glaub wir sind schon beim alten Boss. Ich glaub ich weiß, was ich machen muss. Nachschicht bei Kasa, weißt du, so gehört sich das. Das Spiel ist zu laut, kann das sein? Kann das sein, dass das Spiel die ganze Zeit zu laut war? Das Spiel ist zu laut. Ich hab mich nicht. Ich weiß nicht, was ich nee. Das ist zu verabschieden, was ich bin zu laut. Ich weiß nicht, was ich nicht. Ich weiß nicht, was ich nicht. Ich hab dich nicht gesehen, was ich nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, wie ich nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich krieg dich Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Jesus, hat mich das erschrocken, Alter Jesus, Ralf Mission erfüllt und darfst du wissen, Alter 40 Monate schon, das ist crazy, Mann Das ist crazy Haben halt einen Herzinfarkt bekommen Kommst du jetzt mal her? Ach, komm doch jetzt bitte her Ach, komm doch jetzt bitte her Ach, komm doch mal her Ja! Wo ist das hin? Ich würde mich komplett verarschen! Ich würde mich komplett verarschen! Geh! 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 Ich bin... Ich bin von dem halben Meter gestorben, was? Wegen dem halben Meter? Ja. Oh, oh, oh! Oh, oh. Ah! Ah! Ja, da. Was ist das? Oh! 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 Here! Oh! 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, was das Spiel von mir will. ZDF, 2020 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 Um Splash, was geht? Junge, was willst du denn vor mir? Oh nice, auf jeden Fall viel Spaß, ne? Irgendwas muss ich packen, ich versteh nicht was Oh nice Oh nice Oh nice Oh nice Ich hab keine Ahnung was ich machen soll. Ich kann mich nicht mehr so machen. Ja! Was ist das? Oh Gott, das ist doch nicht so gut. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, dieses elendige Drecksvier! Ja. Digga, was ist das für eine Speisebahn? Ja. Deswegen geht ihr so maximal auf den Sack, gerade. Geh! 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 Oh mein Gott! Das war's? Ahhhh! 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 Tschüss. 30. 30. 30. 30. 40. 41. Perfekt. 43. 41. Oh, my God. 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 Ist die letzte, also die, die jetzt gerade aufgewacht ist, ist die jetzt auch besessen davon, oder? Das und noch viel mehr werden wir erfahren bei Siren Blood Curse. Das ist der dritte Teil von Siren. Auf jeden Fall geiles Game. Absolut geil. Ich habe es wenigstens geschafft, Forbidden Siren 2 durchzuspielen. Nicht so wie beim ersten Teil, da ging es irgendwie nicht mehr weiter für mich, aber wir haben noch eine Mission, die man noch spielen muss. Stimmt, was ist eigentlich mit Yorito und mit Soji passiert. Die wurden von der Welle mitgenommen, aber man hat die nicht mehr gesehen. Was ist das mit denen passiert? Was ist 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 mit denen passiert? Warte mal... Warte, 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 warte... Takiyaki... Wait a second... Ach, das ist der Dude... Ich zude mich an... Ich zude mich an... Und dann auch in die Hälfte... Guck! Oh mein Gott! Der drückt Schaden des Todes rein. 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 Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's. Das war's für heute. Sehr nice, sehr nice. Es gibt noch... Was muss ich denn hier machen? Ich habe mich noch nicht mehr geholfen. Was ist er denn rund durchsuchen? Was? Hä? Ort mit Kindheitse? Der Kinderpark? Der Kinderpark? Ja. Jo, jo, jo! Jo! Oh mein Gott! Ehrlich jetzt? Das war's. Jesus. Surprise Muffocker. Es ist im anderen Gebäude. Scheiße. 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 Ich kann mich... Du kannst vage an diese Mission erinnern. Was musste ich nochmal machen? Erstmal sterben. Scheiße. 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 Muss ich die nicht irgendwie verfolgen oder so? Muss ich nicht? Ich habe eine Messe. Alles klar Splash, ich wünsche dir auch noch eine angenehme Nacht. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Okay, don't get it. Egal. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Okay. 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 Warte, hab ich das schon freigeschaltet? Ach, ich muss ehrlich die erste Mission machen. Oh, ganz ehrlich? Okay. Okay. Das wichtigste, was zählt ist, ich habe die Mission geschafft. Das ist das wichtigste. Ich habe das Game geschafft. Das ist das wichtigste, ich habe es durchgespielt. Aber. Großes Aber. Wir wollen ja noch die letzte Cutscene sehen. Okay. 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 Gucken wir uns das einfach mal auf YouTube an. Okay. 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 Ich habe das geschmeet. Okay. Gah! 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 Es gibt noch keine Ahnung. Jetzt ist es Schluss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020